Das sage ich Ihnen kurz vor halb acht, also am Ende unserer Landesschau heute. Ab morgen gibt es wieder jeden Donnerstag um 18.15 Uhr die Essgeschichten im SWR Fernsehen. Auch in der neuen Staffel werden Menschen aus dem Südwesten vorgestellt, die sich ganz besonderen kulinarischen Genüssen verschrieben haben. Leidenschaftliche Bäcker, Metzger, Köche, Wirte, Winzer und auch Blogger. Birgit Neusser beispielsweise. Die Stuttgarterin hat vor vier Jahren einen Foodblog gegründet. Sie wissen nicht, was das ist? Es ist eine moderne Vision des Kochbuchs, könnte man sagen. Wir haben sie besucht und da ist sie zu Hause. Ein kleines Häuschen am Stuttgarter Wartberg ist es. Dort ist die 45-jährige Hobbyköchin und kreative Zuhause. Das ist die Schaltzentrale ihres Foodblogs, die Landfrau. Und hier backt und kocht Birgit Neusser nach alten Rezepten ihrer Großmutter Marie. Vor allem das Einkochen hat es ihr angetan. Marmeladen, Pestos, Brotaufstriche und Sirupe stellt sie selbst her. Dann wird fotografiert und das Ganze samt Rezepten in den Internetblog gestellt. Bis heute haben eine Million Fans schon gestöbert und geklickt. Und mehrere tausend sind es pro Woche. Und jetzt ist sie bei uns in der Landesschau zu Gast. Freue ich mich sehr. Herzlich willkommen bei uns, Birgit Neusser. Hallo. Guten Abend, Herr Weber. Was können Ihre Marmeladen denn, was die anderen nicht können? Sie sind natürlich, sie sind ohne Geschmacksverstärker, ohne Aromastoffe und in Handarbeit wirklich noch hergestellt. Und man kann Ihnen eigentlich dabei zugucken, wie das entsteht. Sie fotografieren und dokumentieren alles. Was kann ich auf dem Blog, also im Internet alles sehen, was Sie machen? Also das geht von Reisetipps bis zu Rezepten, Kreativtipps, die ganze Bandbreite ist meine Spielwiese sozusagen, dieser Foodblog. Ich habe es gerade eben schon gesagt, es geht zurück auf die Idee, dass Sie gesagt haben, die Rezepte meiner Großmutter sollen nicht verloren gehen. Haben Sie viel mit Ihrer Großmutter gemeinsam eingemacht, gekocht, gebacken? Genau, meine Großmutter hat bei uns gelebt. Und wenn wir aus der Schule heimkamen, dann stand meine Oma in der Küche, hat uns versorgt und hat dann für zwei Familien, für meine Mutter und meinen Onkel praktisch eingekocht im Sommer und im Winter. Ja, alles, was die Bäume hergaben. Dann ist es heutzutage eigentlich so, wenn Sie da stehen in Ihrer Küche, das machen Sie ja noch privat zu Hause, dann ist es so eine Reise in die Kindheit auch. Kann man sich das so vorstellen? Ja, schon. Es ist vieles dabei, was mir meine Großmutter vermittelt hat. Jetzt ist ja ein Foodblog so eine Art Tagebuch, das heißt, es muss sich auch stetig aktualisieren im Internet. Es ist nicht nur einfach, die einmal gemacht wird und dann da steht. Das heißt, es muss immer wieder was dazukommen. Wo nehmen Sie die neuen Rezepte, die neuen Ideen dann immer her? Großmutter hat doch auch wahrscheinlich nur 50 Marmeladen gemacht und nicht 5.000. Ja, das fliegt mir tatsächlich zu. Ich glaube, das ist in meinem Gen bereits verankert von meiner Mutter, von meiner Großmutter. Und ich habe eine Hotelfachlehre absolviert, habe im Steigenberger Frankfurter Hof gearbeitet. Also ich habe es von Pike auf gelernt, von daher fällt es mir nicht schwer. Ihr eigentlicher Job ist aber ein anderer. Abgesehen davon, dass Sie auch noch Mama sind, eine Teenagerin. Wie geht denn das alles unter einen Hut? Irgendwie. Aha, verstehe. Ja, also es muss gut organisiert sein. Es gibt feste Zeiten, wo ich mich um den Foodblog kümmer. Und ja, alles zu seiner Zeit. Wir schauen mal gerade nochmal in die Küche nach Hause, denn dort werden auch Kochseminare, darf ich sagen, veranstaltet. Hier geht es ums Einmachen. Wenn Sie uns mal kurz erklären, was da passiert und wer vor allen Dingen zu Ihnen kommt da. Was sehen wir denn hier? Ich schaue meine Schürze an. Herzlich willkommen auf dem Einmachkurs. Da sind doch, also in der kleinen Küche zu Hause jede Menge Ladies versammelt, ne? Genau, das waren jetzt Leute, die über Facebook auf mich zukamen und die waren interessiert am Einkochen. Wir haben sowohl salzig als auch süß eingekocht. Da gab es einen orangenen Cranberry-Marmelade mit verschiedenen orientalischen Gewürzen, aber auch ein Piccadilly, eingelegte salzige Gewürze, je nachdem. Und da habe ich eben zu Säure, zu Pektin was erzielt. Und wie denn die Marmelade dann letztlich zubereitet wird. Das heißt, es wird auch ein bisschen ernährungswissenschaftlich. Aha, und hier wird umgedreht. Ist das wirklich nötig, dieses Umdrehen? Es gab vorhin schon, ich habe es gehört, bei uns in der Redaktion Fachgespräche darüber. Genau, genau. Umdrehen, ja, nein? Nein, muss nicht gemacht werden, habe ich jetzt wieder gehört. Hat also keine Bewandtnis, aber ich mache es trotzdem. Ich habe so das Gefühl, es vakuumiert besser. Okay, gut. Einfach für mein Gefühl. Es ist ein absoluter Erfahrungswert. Wo nehmen Sie die Früchte her? Sie haben es von Ihrer Großmutter erzählt. Die war noch von den heimischen Wiesen. Wo kommt heute das Obst her? Auch jetzt von heimischen Wiesen. Ich habe unglaublich viele Freunde, die mich ihre Bäume abernten lassen, die anrufen oder mir ihre Kisten sogar vor die Türe stellen und sagen, bitte verarbeite es. Ich schaffe es nicht zeitlich und dann mache ich mich ran. Wir werden Sie kulinarisch ja noch besuchen in den Essgeschichten. In den nächsten Wochen gibt es das im SWR Fernsehen. Eine andere Frage, die aufgekommen ist, auch aus der Redaktion, ich trage das gerne weiter. Kann man denn mit so einem Blog Geld verdienen? Sprich, kann man das irgendwann auch professionell machen? Ich hörte, Ihren alten Job wollen Sie verlassen, um sich ganz dieser Geschichte zu widmen, der Landfrau? Richtig. Ab Februar ist es soweit. Ich traue mich. Ich habe bisher darauf verzichtet, auf meinem Foodblog Werbung zu schalten, Bannerwerbung zu schalten. Werde ich vielleicht in der Wegnis ziehen, aber ich habe ja auch noch eine Manufaktur, wo ich diese Marmeladen und Pestos verkaufe. Auf Märkten und auch in Läden und das soll ausgebaut werden und dann hoffentlich weiterhin so wachsen, wie es jetzt wird. Spätestens jetzt denken sich viele Frauen und Männer zu Hause. Das muss ich mir angucken. Können Sie gerne machen. Auf unserer Internetseite, landesschau-bw.de, haben wir den Blog verlinkt, die Landfrau. Können wir mal gerade eben drauf gucken. Das dürfen wir jetzt noch zeigen. Darf ich Ihnen verraten, weil noch werbefrei. Insofern ist es gar nicht so schlecht. Gucken wir mal da einfach drauf. Also, ups, das ging ein bisschen schnell. Hier sind viele Kürbis-Gnocchi beispielsweise. Also es ist nicht alles süß. Viele Gerichte und Rezepte drauf. Schreiben eigentlich auch Gäste, die vorbeigucken auf dem Blog, ihre eigenen Rezepte noch drauf? Ist das so eine Plattform oder ist das alles von Ihnen jetzt nur? Es ist tatsächlich alles von mir, genau. Ausschließlich. Und von meiner Tochter muss ich natürlich auch dazu sagen. Das wäre meine nächste Frage. Die Teenager-Tochter. Tritt die auch in die Fußstapfen schon der Mama und ist dabei? Ja, sie ist auch schon ein infizierter Foodie. Wie sind Sie vor fünf Jahren, seit fünf Jahren gibt es in etwa den Foodblog, darauf gekommen zu sagen, okay, ich schreibe kein übliches Kochbuch, hätten Sie auch machen können mit den Rezepten Ihrer Großmutter, sondern ich mache das im Internet. Ist ja eigentlich noch eine relativ neue Angelegenheit, diese Blogger-Geschichte. Ja, man hat viel flexiblere Möglichkeiten mit so einem Foodblog. Man kann die Texte, Bilder selber einstellen, wieder austauschen. Also es bietet mir viel mehr Möglichkeiten als einfach so ein haptisches Kochbuch. Haben Sie außer der Großmutter noch Vorbilder, kulinarische, ich weiß nicht, irgendwelche Köche beispielsweise? Dürfen Sie gerne nennen, vielleicht kennen wir ja jemanden. Diese Jotam Ottolenghi, ein Israeli, der in London wirkt, ist zum Beispiel ein großes Vorbild von mir. Oder Cynthia Bakomi, eine Bäckerin. Ja, aus Berlin. Ganz genau, amerikanische Wurzeln. Macht viel sehr süßes Zeug. Ja, sehr süß, aber sie ist auch sehr sympathisch, finde ich. Also doch, ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Liste geben. Ja, aber so kriegen wir schon mal eine Idee in etwa davon. Also ich fasse zusammen, zum einen gibt es den Blog, zum anderen aber eben auch die Seminare und Kurse. Das heißt, man kann sie besuchen und dann auch lernen. Das in Zukunft aber nicht mehr in der heimischen Küche dann, oder? Richtig. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Produktionsstätte und dort soll dann auch ein großer Einkochautomat stehen, weil das einfach nicht mehr geht mit diesen großen Töpfen und Kochlöffeln. Und das ist jetzt der nächste Schritt, der kommt. Der nächste Schritt, der kommt. Vielleicht hat jetzt auf diesem Wege jemand gehört, Mensch, da habe ich irgendwie einen großen leeren Schuppen. Da könnte in Zukunft eingemacht und gebacken werden. Ich wünsche Ihnen viel Glück weiterhin auf diesem Weg. Und nochmal sage ich es all jenen, die mehr davon haben wollen, auf unsere Internetseite schauen, landesschau-bw.de. Da haben wir einiges zusammengetragen, nochmal über Frau Neusser. Und, das ist das Wichtigste, verlinkt auf die Blogseite, da gibt es die Rezepte. Und? Jeden Tag, jede Woche neue, ne? Genau. Also da gehen die Ideen nicht aus. Es gibt keine Ausreden mehr. Vielen Dank für den Besuch heute und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Wir machen in der Landesschau jetzt einen Bogen, ja gut, von den Verwöhn-Marmeladen vielleicht zu etwas anderem, was uns ganz alltäglich ist. Und deswegen ist es unvorstellbar. Was würde denn eigentlich passieren, wenn flächendeckend der Strom für längere Zeit im Land ausfallen würde? Manche Energieexperten rechnen damit, dass es vor allem in Süddeutschland in Zukunft vermehrt passieren könnte, Stromausfälle drohen. Da der von der Bundesregierung geplante Netzausbau stockt, der Strom muss über weite Strecken vom Norden in den Süden transportiert werden. Und wenn weitere Kraftwerke wie beschlossen abgeschaltet werden, könnte es zu Versorgungsengpässen kommen, befürchten manche. Sie sehen schon, ich bin im Konjunktiv, Experten. Wie wahrscheinlich ist das Szenario und was ist zu tun bei Stromausfall? Das ist wiederum gut zu wissen.